Null Position, Beine sind zusammen, Gewicht auf dem linken Bein. Rotation nach links, Kopf bleibt vorne. Kleiner Schritt, Gewicht Verlagerung, Rotation nach rechts. Und wieder zurück. Ich empfehle euch mit dem rechten Bein tatsächlich umzusteigen und euer Gewicht in diesem Seitenschritt tatsächlich in diesem Moment jetzt zu verlagern. Das heißt, ihr macht den Schritt mit der Dame mit, das müsst ihr aber nicht. Das heißt, ich kann auch so machen. In diesem Falle habe ich mein Gewicht nicht verlagert, aber einfacher ist und natürlicher denke ich für einen Körper, es ist mit Sicherheit, wenn ihr diesen Schritt mitmacht. Nochmal von der Ansicht aus, Null Position, ich rotiere nach links, nicht so großen Schritt setzen. Und zurück. Bam 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 Bis zum nächsten Mal.